So pfeifen manche Leute. Das macht mal so Luft nach hinten. Ein bisschen Luft nach hinten und dann geht es wieder nach vorne. Die Pistole. Die Pistole. Ach du bist oben gekommen. Die Pistole. Zwei. 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 irgendwas leben ich habe nur eine taktische verkackte maschinenpistole oh mein gott dafür kristalle und das war noch gut kristalle und gut perfekt alter tausend kristalle nicht alle verwenden ich steck jetzt kann ich dich in den laster rein ja ich bin reingekommen lol ich bin reingekommen sind da noch welche? nein oder? sind hier noch welche kristalle? Ja ich bin reingekommen Das ist ja doch klar. Und cool. Man, die steht da einfach schon level 50. Das verstehe ich nicht. Und dann haben sie noch Omega. Und wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt level 80 ist, hat man alles durch. Ich habe wirklich eine Trauer auskommen, wenn du das bekommst. Einfach in der Drohne. Das ist eine Acker. Soll ich hier in Lutschrop. Wenn ihr jetzt in Lutschrop landet. Jetzt landet hier kein Lutschrop. Kein Bock, dass da einfach 400 Leute dahin gehen und ich dann komplett geschlachtet werde. Ja. 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 Mit dem Holz, was ich habe, muss ich hier schaffen, dass ich hier nach unten sogar ohne Schraub. Habe ich geschafft. Ich wünsche, ich könnte das jetzt so sagen. Das verstehe ich nicht. Warum man nicht mit dieser Piekse hier schlägt. Weil eigentlich... Mach man mit der Piekse so zack, 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 nach vorne. Weil nicht so. Das wird dann aber noch ein bisschen mehr... Das wäre noch viel, viel schwieriger, wenn man das so macht, dass es so ist. Zack, zack, zack. Dass es da vorne schlägt. Richtig da vorne, gerade. Wie ein Häuser. Da und so. Lass die Truhe. Habt ihr ja gesehen. Aua. Muss ja irgendwo Gegner sein, weil ich hab Gegner gehört. Hier ist doch... Hier ist doch eine Truhe. Hier ist doch eine Truhe. Hier ist doch... Bis zum nächsten Mal,цевang. Schlau terrified. Okay. 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 Die lag da einfach nur noch eines drauf. Das ist langweilig, aber... ...richtig. Ich brauche doch mehr Gegner, Mann. Ich werfe meine Pokeball... Da war ich... Das war, glaube ich, mein erster Ort, wo ich ja war. Genau. Da war ich als erstes, da bin ich nicht hochgegangen. Ich hab grad oben jemanden. Gewehr, du schlöchert. Gewehr, du schlöchert hab ich dich. Du schlöchert. Du schlöchert. Aber die ganze Zeit so in die Kopf so. Löchert. Ich muss ganz gut auf Toilette. ն Vielleicht ist es nicht hoch. Ich bin da Leute, wieder so wenig Leute noch da, lol, was sind die noch? Wo ist der noch so? Hier ist so, ne? Alle Spieler müssten eigentlich jetzt hier sein. Mal legen los. Das sind gar keine Gegner. Jetzt werde ich abgeknallt. Genau, genau jetzt. Da unten. 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 und gut ist einfach auch gehauen jetzt bin ich ein Traphole abgehauen ist einfach dann noch einfach weggeflogen das ist lauter ich muss es mir holen es ist wichtiger als scheiße es ist wichtiger als mein Leben wirklich hätte Quest öfter ein Lama komm Lama ist hier oben noch irgendwas gespawnt ich kann nichts nehmen so das läuft so 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 gegner zeige dich ich bin ein Mann du bist eine Frau ich bin ein Mann du bist eine Frau bist du du kleine Frau einmal Baseball ich habe ihn gefunden ich habe ihn gerade gesehen dort oder ne oh mein Gott das war ein Fortnite Game scheiße ich kann nicht bilden der schlechtste Bilder der Welt bin ich digger aaaah er wirft er wirft er wirft er wirft Panaten rein er ist da hinten ja 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 er 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 er